Du kannst nicht, ich habe geklickt nebenbei SkullDragon. Ich habe rauskastiges Band. Adler, mein Freund. Wir sind fast bei den Tunneln. Hast du Zugang zum Bunker? Irgendein Problem gibt es immer. Löse es. Ich weiß, dass du alles unter Kontrolle hast. Eins noch. Einer unserer Informanten in Ostberlin hat vor kurzem die Seiten gewechselt und ist nach Moskau geflohen. Wir haben Grund zu der Annahme, dass er heute in der Ljubljanka ist. Er weiß zu viel über unser Berliner Netzwerk. Ich denke an vorzeitigen Ruhestand. Guter Mann. Jetzt weiß ich, warum Hudson so große Stücke auf dich hält. Wir treffen dich am Kellereingang, sobald du den Bunkerschlüssel hast. No, klar. Verschlüsseln, Anruf, beenden. Ich habe aber wirklich drauf gedrückt, SkullDragon. Genosse Belikow, wir werden oben im Konferenzraum erwarten. Nossig, ey. Mr. Gorbatschow vom Zentralkomitee ist hier. Mr. Gorbatschow, dann lass aber doch mal eine Flasche Wodka holen hier. Hopp, 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 hopp. Tut mir leid. Sie werden morgen wiederkommen müssen. Ist der General schon vorbeigekommen? Weiter kann ich dich heute nicht mitnehmen. Oh, ich muss mal um. Oh, ich muss mal um. Oh, ich muss mal umbringen. Hitman. Hm. Ich vermisse es. Wir haben es dieses Jahr noch nicht gespielt. Genosse Belikow, setzen Sie sich. Oh, Herr Gorbatschow. Generalsekretär Brezhnev hat Interesse an der neuen Sicherheitssituation. Hey, Gobi, was geht? Es gibt einen Maulwurf im KGB. Das Komitee will, dass jemand von der ersten Hauptverwaltung die Untersuchung Oberst Kravchenkos überwacht. Falls Sie ihn noch nicht kennen, das ist Imran Sakayev. Vielen Dank, Minister Gorbatschow. Danke Ihnen allen für den warmen Empfang. Moin. Es gibt keine größere Tragödie als ein von Ihnen zerstörtes Heim. Vertrauen in einer Familie ist heilig. Hoffenbar teilen nicht alle ihre noblen Ansichten. Genosse Belikow, als Sicherheitschef setzen Sie alles daran, diesen Maulwurf aufzuspüren. Wie weit sind Sie? Äh, ich habe in der Tat eine gute Spur. Ich bin nicht sehr geduldig, Belikow, oder besonders mitfühlend. Für den Moment will ich stärkere Sicherheitsmaßnahmen rund um den Bunker. Sakayev, haben Sie vielleicht eine Empfehlung? Wir sollten den Zugang beschränken. Außerdem würde ich Sie alle gerne besser kennenlernen. Ich will Ihre Hoffnungen kennen, Ihre Ängste und Ambitionen. Tun Sie das, aber ohne zu starke Störungen des Ablaufs. Und Sie, Belikow? Wem würden Sie in dieser Lage noch Zugang zum Bunker erlauben? Also ganz klar, mir? Genosse, Sie sollten Ihren zuverlässigen ganzen Mann im Bunkerschlüssel anvertrauen. Sakayev und ich sollten den Bunkerschlüssel erhalten. Ich denke nur, ein General sollte den Bunkerschlüssel haben. Genosse Belikow, Entschuldigung, auch Ihr Bunkerzugang wurde aufgehoben. Sind wir lieber vorsichtig, was? Minister Gorbatschow, ich halte es für das Beste, wenn General Tscharkow momentan den einzigen Bunkerschlüssel hat. Nun gut, kümmern Sie sich. Deswegen also die ettigen Klammern. Ich habe angeordnet, die Bunkerschlüssel einzusammeln. Genosse Belikow, wir sind in großer Gefahr durch die Kapitalisten. Unser Kollektiv, unsere ganze Art zu leben steht auf dem Spiel. Der Verräter wird gefangen. Und er wird für seinen Verrat teuer bezahlen. Belikow, Sie können gehen. Haucht euch nochmal eine. Okay. Rind Eastwood, Dankeschön. Rind Eastwood meine ich. Dankeschön für neun Monate. Moinsen. Ich werde beobachtet. Ich brauche einen Bunkerschlüssel. Aber zuerst muss ich mich um die Kameras kümmern. Ja, dann machen wir die mal aus, oder? Weißt du schon, oder? Ja. Es leert an. Genosse? Der Bereich ist abgesperrt. Wie kann ich Ihnen helfen? Wenn ich hier entdeckt werde, fliege ich auf. Genosse, was kann ich für Sie tun? Als ob wir da nicht einfach so reinschleichen würden. Jetzt muss ich die Leiche verstecken. Ich wollte schon immer mal Kameras mit einem riesigen Hebel ausmachen. Ich brauche einen Bunkerschlüssel für Adler, sonst kommt er nicht an den Tresor. Leider ist Tcharkov nun der Einzige, der noch einen Schlüssel hat. Tcharkov treffen könnte er haltlich schlecht. Gespräch mit der Sekretärin. Na, dann machen wir das. Ach, die Tüße. Ist sie nicht versteckt? Habe ich denn nicht eine Markierung gesetzt? Ja. Na, hast du was? Wir sind alles in Deutschland. Spielen wir das heute durch? Ne, ich denke mal, wir machen jetzt noch so 20 Minuten ungefähr. Aber wir werden morgen weitermachen. Wir haben heute schon ein paar Meter gemacht. Ich weiß nicht, wie lange die Story geht. Das geht nur 5 Stunden? Oh. Ähm, ich möchte gerne meine Untersuchung mit dem General bei einer Tasse Tee besprechen. Der General befragt einen Gefangenen, ansonsten sollte er verfügbar sein. Gift. Sagen Sie mir einfach Bescheid. Ich habe eine Chance, Tcharkov umzubringen. In Kravchenkos Büro finde ich sicher das nötige Gift. Wie gesagt, ich habe um 19 Uhr heute leider einen Termin. Also, das wird dann, glaube ich, noch ein bisschen knapp. Oh. Äh, wie komme ich denn da rein? Was ist denn hier drüber? 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 Was ist das hier? Ja. Was ist denn hier drüber? Was ist das hier? Ich würde mir gerne halt noch was zu essen kochen heute, bevor ich da heute hingehe. Aber wir werden morgen auf jeden fall weitermachen, ich bin ja eh jetzt wieder sehr viel in den nächsten Wochen, Monate. Essen wird überbewertet. Naja, so ein schön gekochtes Essen ist schon ganz gut. Vielleicht gibt es im Büro irgendeinen Hinweis auf die Kombination. 2,15? Alter, Alter. 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 Ach so, warte. Ich hab die Dings doch schon gesehen. Kombination. Ich muss sie nur noch zusammenbauen. S, R, N, D. S, R, E, N, D. Also Schwefel. S, R, E, N, D. S ist 16. S, R, E, N, D. N, B. War das N, B oder? Nee, N, D. 60. Ach so, schreiben wir mal S. Oh nein, ich hab's vergessen. War N, D am Ende? Also 16, 60 am Ende. Und dann, also 16, 60. Und dann fehlt noch R, E in der Mitte. 75, 16, 16, 75, 60. Here we go. Oh, nice. Okie dokie. Done. Ehm. Ehen wir zum Büro? Ich wäre jetzt ready, by the way. Was kann ich für Sie tun, Belikov? Ich bin bereit. Hier entlang. No, komm. Gehen wir mal rein. Setzen Sie sich ruhig. Ja. Nein, sag Nikita, dass ihm auch sonst niemand traut. Was glaubst du, warum niemand mehr Durack mit ihm spielen will? Ich bin an meinem Schreibtisch. Ganz genau. Du hast EFT falsch gesprochen. Äh, ausgesprochen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ja, du auch. Bis morgen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Mhm. Switch crime. Dimitri. Was besorgt dich? Ich wette, dass Mütterchen Russland länger lebt, als wir beide. Auf uns, Genosse Belikov. Zwei alte Krieger stolpern durch die Dunkelheit. Das ist Tee. Schwarzer Tee. Sag mir, Freund, warum bist du wirklich hier? Ähm. Weil ich dich unglaublich bezaubernd finde. Ich stehe kurz davor, den Maulwurf zu finden. Bitte halte mich nicht zum Narren, Dimitri. Ich weiß, dass du der Maulwurf bist. Was nun? Willst du mich umbringen? Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Woher wusste er das? Haben wir jetzt den Bunkerschlüssel? Ja. Äh. Hier. Rein in den Schrank. Sehr gut. Sehr gut. Hallo? Kann man hier noch mehr mitnehmen? Nicht halber, Agent 47. Ich bin Agent 47. Oh ja. Ich habe nochmal ein Beweismittel gesnackt. Eine gute alte Casio-Uhr. Oh oh. Oh Gott. Muss los. Hab groß. Ach scheiße. Ich muss da sogar raus. Oh nee. Oh. Oh man. Was ein Shit, ey. Ähm. Hmmmm. Hmmmm. Komm ich denn da jetzt? Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? Wie kann man denn hier noch so ein Angebot? Das Team braucht Uniformen um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Hier Berlikow schickt ein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. So einfach? Ja. 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 Wenn wir direkt ins Gesicht schießen? Ja. 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 Ja.